Moin, willkommen zu einem neuen Video. Neben mir klackert irgendwie ein Biber. Ich komme halt nicht weit raus, das ist halt scheiße. Ich meine, die Hechte stehen ja manchmal am Ufer. Da war ein Riesenhecht. Stehen ja manchmal am Ufer. Da war ein Riesenhecht. Da war ein Riesenhecht. Da war ein Riesenhecht. Ich fass es nicht. Ein Riesenhecht war da. Nein. Alter. Wer hat das Ding hier angespült? Das ist ein riesiger Karpfen. Seht ihr das? Ein riesiger Karpfen ist das. Das ist riesiger. Das ist ein riesiger Karpfen. Oh, war das einer? Ich weiß es gar nicht. Nee, hat sich wieder verhangen. Ärgerlich. Aber, was nicht ärgerlich ist, ich habe den Köder wieder. Das war wirklich ärgerlich. Aber ich hätte nicht aufgegeben. Ich hätte das Boot geholt, bin ich ehrlich. Bin ich ehrlich. Auch wenn er ganz draußen ist. So ist das dann scheiße mit der Schnur. Bin ich ganz ehrlich, weil dann Schiffsschrauben sich so drin verheddern können. Aber dann ist es halt so. Ein riesen Karpfen war das. Ein riesen Tier. Wir haben einen Fisch. Wir haben einen Fisch. Wir haben einen Fisch. Wir haben einen Fisch. Oh mein Gott. Wir haben einen Fisch. Wir haben einen Fisch, Leute. Was ist es? Wir haben einen Fisch. was was wir haben kein hecht wir haben einen richtig großen töbel was was wir haben einfach einen großen töbel oh scheiße muss ich noch mal einladen ich wollte mir schon gerade sagen mit dem bus wir haben ein wir haben ein töbel auf dem hechtköder also vorhin das war ein hecht jetzt haben wir einfach ein töbel geil aber wir haben ein töbel bekommen kollege kommen aber ein richtig fetter ist das ein richtig fetter fisch zack 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 drin beruhig dich jetzt hat er den ganzen kescher mitgenommen ein richtig fetter töbel also das schwer alter ist das schwer alter ist das ist ja mein geiles teil 40er ist das das ist doch mal ein schöner fisch leute nachdem was heute alles passiert ist er kommt jetzt auch wieder zurück und komm kollege da schwimmt da weg ist er petri heil petri heil nach dem alles nach dem was alles heute passiert ist